Wir haben unser Ganzkörpertraining, wir haben Ausdauerkurse hier im Kursraum, Atemtherapie, Entspannungskurse, Bauchbeine, Po, den Klassiker, Osteoporose-Training, Fit ab 50, so nennen wir das Ganze. Es gibt weitere Kurse, das sind dann die Präventionskurse, die laufen dann über die Krankenkassen, sind also nicht in der Mitgliedschaft enthalten. Jedoch sind das Kurse, die die Krankenkassen aus starken Zuschlüssen. Und da haben wir den Dauerbrenner, die Rückenschule. Wir haben ganz neue Exercise, das ist ein Ganzkörpertraining an unseren Zirkeltrainingsgeräten. Wir haben aber auch einen Walkingkurs, den wir anbieten, auch relativ neu dabei, ist der Beckenboden-Präventionskurs. Das ist eine ganz große Baustelle, sind wir auch wieder alleine im Südelberaum, die dort das anbieten. Das wäre alles über die Krankenkassen abzurechnen und wird auch da starken Zuschlüssen. Also als erstes sehen wir hier dann den Trainingsgerätepark mit unserem hydraulischen Kraftzirkel. Acht Geräte, gleichzeitig 16 Übungen. Wenn immer beide Muskelgruppen trainiert, die Agonisten und die Antagonisten, macht das Training sehr effizient, auch zeitsparend. Hier oben sehen wir die Ampel, das Ampelsystem reguliert quasi das Training, dass es hier zu keinem großen Stau kommt, es gibt keine langen Wartezeiten darüber. Hier haben wir noch ein paar Unteidekabinen für die Herren der Schöpfung. Aber darüber hinaus, also nicht nur Training, wir haben auch hier immer die Möglichkeit, die Menschen physiotherapeutisch zu behandeln. Wir haben hier verschiedene Behandlungskabinen, die uns erlauben, jegliche Form der Physiotherapie durchzuführen. Lymphdrainage, manuelle Therapie, PNF, Krankemasse, Fange und Massage. Alles ist hier möglich, aber vielleicht möchte er auch nur jemand sich massieren lassen, auch das ist selbstverständlich hier möglich. Wir sehen jetzt im Hintergrund, im Einsatz von Beckenbogen-Trings, Gerät von der Firma Exio. Man sitzt an diesem Gerät quasi auf einem Sensor, der ist sehr fein, und der misst die Spannung des Beckenbogens. Und wenn ich den Beckenboden anspanne, dann sieht man solche Ausschläge auf dem Display. Oder man macht viele kleine. Also erstmal an diesem Gerät sind Frauen als auch Männer herzlich willkommen. Wichtig ist bei Blasefunktionsstörungen, im Alter bei einer Blasensenkung, aber auch nach Schwangerschaften. Aber auch die Männer sind hier gern gesehene Gäste. Gerade bei Prostata-Eingriffen ist auch immer häufiger Blasefunktionsstörungen. Die können alle hier ihren Beckenboden trainieren, um dann auch ihre Probleme zu lösen. Das ist ein neues Trainingsgerät, an dem wird primär erstmal die Rumpfmuskulatur gestärkt. Wir können auch sehen, unsere Geschwingbewegung, wir müssen immer dagegenhalten, das Gleichgewicht halten. Dient aber auch dann im zweiten Schritt zur Sturzprophylaxe. Das ist ein koordinatives Training. Man muss also Muskelgruppen anspannen und locker lassen. Ein sehr anspruchsvolles Training. Mit viel Spaß auch. Wenn man genau hinkommt, sieht man die Leute auch beim Lächeln. Genau, 15 bis 20 Minuten angedacht. Das ist ein sehr intensives Training. Aber vielmehrkeit sollte man da auch mit drauf verbinden. Das ist wirklich sehr anstrengend auch. Das kann man auch nicht gerade bedienen. Da braucht man immer eine kleine Hilfestellung bei. Jedes Mitglied kann mitkostenfrei sein, wie sie trainieren. Man braucht, wie gesagt, nur einen separaten Einzeltermin mit dem Therapeuten oder Therapeuten zu vereinbaren. Und dann ist das hier kostenfrei. Es gibt dann spezielle Gruppen, da möchte ich mal die neurologischen Patienten noch mit ansprechen. MS-Patienten, Schlappanfall, alle mit einer Halbseitenheime. Und MS, Parkinson, die sind hier mit Sicherheit absolut initiiert für. Aber auch der normale Studiogast kann dieses Gerät benutzen zum Trainieren. Der Rückenmuskulatur, das sehen wir jetzt sehr wunderbar. Tschüss.